Sehr beliebt in der Festtagszeit sind natürlich immer auch die Weih vom Dissolvi, unserem Piemont-Produzent im Monforte d'Alba. Sein Parolo stammt aus einer der besten Grosslagen, Bussia, und der Brico Visette wird von älteren Reben gemacht, und auch nur, wenn die Qualität wirklich zuhört und höher ist als im Basisparolo. Wie der Siebenzehner ist der Achtzehner sehr gut ausgefallen. Es war ein bisschen kühleres Jahr, er hat dadurch eine leicht andere, vielleicht noblere Aromatik. Und wer Nebbiolo gerne hat, der sollte Weih unbedingt probieren, weil er kann jetzt auch mit deutlich teureren Parolo problemlos konkurrenzieren. Ein toller Nebbiolo, ich empfehle ihn vorher unbedingt zu dekantieren.